Wir haben unsere Kommis. Glück! Was ist das? Als es sich vorrissiert? Glück! Wie ist das hier? Wir haben unsere Kommis. Wir haben unsere Kommis. Wie sind es für uns? Klasse. So richtig klasse. Das ist bescheid. Ich muss jetzt einfach auf die Geburt, weil es dann nicht zu essen, weil er rauskommt. Und dann kommt er zurück mit seinem Spiegel. Okay, ich besuche den Tag. Was? Nein, Henry, ich muss den Blödsack haben. Ich weiß aber, ich habe da. Ein wirklich anderes Gefühl, ich muss zu dem, ich will es. Es ist für mich wirklich ein Teil. Wisst ihr, was ich nenne? Nein. Ihr traut doch, ich weiß, was ich tue. Oder Felix weiß es. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich tue, was ich tue, was ich tue, was ich tue.